Jörg, ist nämlich still. Kommt mit. Ich alle. Ich alle. Er hat gesagt, kommt mit. Er hat keinen speziellen Namen gesagt. Halt, du bleibst hier. Da holt's mich nicht. Was stellt euch alle hier in einer Reihe auf mit dem Gesicht nach hier? Da holt's mich nicht. Verschmilde. Nein, nein. Dann geht das jetzt. Go, jetzt geht er weg. Da kommt Moho gleich. Oh Gott. Warte mal. Frank Arschab, so. Mit ihm. So viel netter. Oh. Toll. Oh, ich hab noch 71.000 noch auf dem Konto. Oh, yeah. Ich wär wahnsinnig. Erstmal hier bepimmeln das Teil, Alter. Wie viel geht da rein? Hast du am Amt noch was vor? Kaufpreis 8,8 Millionen 250.000. Jörg, was hat der an Ladevolumen? Der hat 264. 264. Gab's den nicht in einer anderen Lackierung? Irgendwie Rebellenlackierung oder irgendwas? Nee. Im Blau gibt's den, glaub ich, noch, ne? Nee, nur in der Farbe. Ach so, dann. Ja, das ist sowieso die schönere Farbe. Mach mal auf, ich will mal ne Runde drehen. So, alles. Stütze mit ab, ey. Wir gehen jetzt zum Banken und dann gibt's mein Geld. Dann kann ich mir auch gleich was kaufen. Ja, los. Warte. Wörter, hier mitkommt ne Runde drehen? Gib's dir kurz noch die Stütze. Wir müssen gerade erst das Geld hier aufteilen noch. Ich komm mit. Oder mein Geld, auf jeden Fall, was der Alp noch eingesammelt hatte. Ja. Die Tür geht sogar auf, Alter. Hier, du hast Geld eingesammelt? Ich hab kein Geld eingesammelt. Du hast Geld eingesammelt, ja. Echt? Davon weiß ich aber nix. Ja, sowas mit 670.000. Ja, ich hol's gerade von der Bank. Jörg, wo sind denn die Cops? Gib mir das mal gleich bei auch für Kralle. Ja, ich muss erst mal zur Bank. Wobei ich das sehen will, wie viel ich dann so alles ins Land hab. 670.000. 1, 2, 3, abheben. Schließen. Jörg, willst du nicht dein Tempest und so einparken? Ja, 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 Geld fehlt. 1, 2, 3, Lex. Yay! 1.136.000. Wie viel? 1.136.000. Hast du jetzt? Ja, ja, nee, hab ich jetzt, ich hab auch noch 1.700.000 auf dem Konto. Ach, scheiße, wir krieg ich kein Ernst auf einmal. Kommt sich halt 100. Wir machen mal einen Abstieg zum Aircraft-Dealer. Aircraft-Dealer. Am Airfield, ja, da könnt ihr gucken, was der Orca kostet. Ah ja, genau, das ist ne gute Idee. 2.800.000. Fast 2.900.000. Ich bin hier mal zum Protzen. Ich will fliegen mit meinen, weil ich würde den dann auch einparken, welch? Ja, dann park du den ein, ich fliege beim Moorhawk mit. Wir können ja mal die Cops ärgern und direkt über den Kavala-Hakku drüber fliegen. So, jetzt. Das Geld ist gut angelegt, glaube ich. Nur scheiße, wenn der Moorhawk gleich kaputt gehen würde, da einer einen Unfall baumelt würde. Einer soll da als Buckelof reingehen. Ja gut, wenn du jetzt gegen den Moorhawk klatsch, kannst du eh nichts machen. Bist du jetzt mit deinem LKW weggefahren, Ghost? Nein. Ist es okay? Okay. Jetzt geht es rein, jetzt geht es. Guck, ob ob er sich... Ich hoffe nicht, dass der Orca jetzt viel mehr umkostet. Könnte aber hinkommen, ungefähr. Nee, das soll aber nicht. Hat der Orca aber nicht so viel Platz, der damals 264 hat? Der hatte ungefähr... Ich gebe mal davon aus, von 140 bis 150. So, sind wir schon abgestürzt? Nein. Ja. 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 Jörg, Jörg, die sind die Pots. Der Kavala und so. Wollen wir mal über Kavala rüberfliegen? Ey, lass mal. Ja, kaum machen. Ja, kaum machen. Ja, der kann ja dick gut gucken, oder? Ich brauche da was hinfassen. Ich bin schon da, ja. Der Wies auch im Heli, wer ist hinter mir bitte? Wir waren das. Aber ihr seid so schnell. Ja, natürlich. Der war für dich. Du könntest dringend ja mal abstürzen, und du hörst ja die neuen Explosions-Sounds der Helikopter. Wie hört der sich von innen überhaupt jetzt an? Also die haben schon mal die Scheiße. Ja, der rennt sich mal ganz schick. Ja, aber zu dem Feuer, der hat so innaht sich nichts verändert. Der lässt sich auch genau so fliegen vorher, also. Okay. Ich denke mal, die haben nur diese kleinen, da müssen wir schon mal. Ja. Boah, der kostet 4,5 Millionen. Und der Orca hat 240 Platz in den Helikopterraum. Ja. Ist klar. Und er ist auch ein bisschen wendiger als vorher. Ja, okay. Also auch stabiler in den Kurven. Boah, ich flieg nochmal zur Zentralbank. So. Meinst du, die sind, sind die im Parklo, oder was? Ne, weiß ich nicht. Ganz schnell. Man muss, man muss mal früher fliegen, wie das ist jetzt Flairz-Affär. Aber krass, dass hier auch gar nicht so viel Platz hat. Wie bleibt eigentlich der Moor? 264 So, etwa noch zugleich die 2 Moor-Kampagne. Ja. Ja. Das ist ja an die McDonalds. Ne. Ist nicht Sonnenstrom. Das ist freundlich. Kakao. Ja, Kakao, genau. Kakao ist aber nichts Verkehrtes. Boah, wenn da jetzt wieder was, dass ich gut 25 Dinger drin sind, ne? Dann drehen wir sofort um. Ja, bisschen hart. Wir drehen auch bei 10, weil... Das ist auch schon... Ja. Wir haben versucht, die Räume im Stein. Nein. Oh, falscher Enkel. Oh, nach und nach dem Restart, der ist ja eh jetzt gleich. Drei Minuten. Nein. Nein. Immer noch ne Stunde. Immer noch ne Stunde. Ach. Ach. Ja, dann lass doch mal ihn ohne Fahr gehen, Alter. Oh, da sind wieder neun Stück drin. Was ist jetzt? Ja, ich würde kurz raus. Los hin! Ja, ich würde kurz raus. Ach, der Schwein ist mit nem Geländewagen unterwegs, ne? Ja. Ja. Ne, hab ich da denn eigentlich Zeit. Okay. Wo ist der denn? Keine Ahnung, wir waren irgendwo jetzt 1.000 wieder froh. Und wir müssen jetzt gleich auch wieder da sein. Ach, das sind ja nochmal 200.000. Was? Neun Stück? Ja. Einer ist ja schon 500.000. Ist ja fast ne Million wieder. Ja. Ja, den größer doch. Ist auch schon mal da. Gehen wir höher. Höher. Ja, Mann. Lass doch mal ein Schmeide. Alter, Alter. Black, Mann. Alter. Ich hoffe, A, man macht die grüne Celikopter-DLC rauskommt, dass einfach die, die das DLC nicht gekauft haben, die nicht einsteigen können. Bei uns ist James Ryan. Ist der Polizist? Ja, ja. Grüne Kästchen oder grüne Dreiecke sind immer viel Zeitverfolge. Werden auch immer noch von Badarn gesetzt. Naja, ich bin hier. Wenn er gleich Glück hat, sind vielleicht sogar noch ein paar mehr drin. Wenn die gerade am Farben sind, ne? Ja, das stimmt total. Krass. Nein. Eigentlich müsste man nachher mal sagen, so, wie ist das? Nein. Meinst du? Wenn du Bulle bist, kannst du es denen sagen, aber nicht jetzt. Nein, lass mal. Wie sollen die Pegel am Beitrag machen? Ich glaube, das sagt eigentlich, das ist ein Fehler der Polizei, ne? Ja. Da können wir gar nichts für, dafür dürfen wir nicht belangst werden. Ja, es reicht aber schon, dass wir das rausholen, da. Pssst. Ja, okay. Nein. 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 Hast du die jetzt rausgenommen? Fünf Stück, ja. Fünf? Fünf, ja. Bist du dann losgeflogen? Ja, klar. Ich flieg los. Wenn jemand an meiner Uniform am Händen kommen, bin ich politisch. Ich war halt ja nicht noch die ganze Zeit da. Der vollkommen Buller. Also vier Stück sind noch drin. Der verbraucht eindeutig weniger als der Buller. Oh, mein Heli ist leicht. Das sieht man. Oh, scheiße. Warum gleich noch ne Runde hier, oi? Das muss tanken. Wo ist hier ne scheiß Tanke? Da hin. Ey, nachdem man da so hier noch aufgehen, geht dann noch mehr rein. Wack ist hier nicht noch mehr eine Tanke? Ähm, wir machen das dann mit der Polina gleich so, mit dem Hohrack dann sammeln, mit dem Lieferansport zum Fahrer mit der KWs. Warum macht ihr das mit dem Hahn? Warte mal, lass mich mal auf den Mahnpreis kurz gucken. Oh, Hahn. Bestimmt wieder das Sieb drauf. Oh, da sind wir nicht noch. Ähm, okay. Vielleicht würde ich ja auch noch ein Rohrkappes da hinbekommen. Warte mal, ich hab jetzt knapp drei Millionen. Ja, ne Million kannst du von mir noch kriegen. Der hat's ja. Aber das ist ja nur ne Million. Das gibt man ja schnell ein. Ja, wenn wir das Rohrkappen und Helix, da... Also wenn du Helix hast, dann kannst du am besten das Rohr mit Helix machen. Weil es geht am schnellsten. Alter, dann holt den Rest, holt den schnell den Rest, lass uns noch andere Zeit vorbei. Warum geht denn alle da rum? Das sind doch alle. Die sehen nur das Geld vor der Nase. Vor allem der Eifel. Die bekommen die sowieso nicht, krieg ich. Wie viele sind dann drin? Vier Stück. Vielleicht auch schon mehr, ich weiß nicht mehr. Ne, später. Ja. Jetzt rauskommen, ja. Gegen den System. Das ist jetzt auch. Ein paar Leute gehen fahren, der Rest holt sich dann aus dem Bank raus. Ja, ich kann nicht gut finden. Ja. Ich kann tanken, voll der Erspürze, ey. Ist der Ghost drinne? Nein, nein. Ich hab grad leckt. Also es waren jetzt noch vier Stück drin, es wurde nicht mehr vor. Hier. Du hast ihn nicht mitgenommen. Ja, lass dir denn das Geld an mir. Komm mal raus da, ich hab da jetzt keinen Computer da brauchen lassen. Ja. Okay. Vorsicht, da sind Stromkabel, ne? Ja, ja. Ja, ich hab's vergessen. Da ist ja jemand, der... Ja, jetzt vielleicht echt mal zwei Urkas kaufen können, ne? Vorher gucken müssen, was die am Platz haben. Ich hätte auch gedacht, dass der Mohawk jetzt mehr hat. Krass. Lex, dann geb ich dir ne Million, dann kaufst du dir auch nen Orca. Und dann, äh... Dann krieg ich halt das erste Geld, krieg ich wieder zurück, oder so. Ja, halt mal abwarten, was hier jetzt noch passiert, wenn wir dann fahren. Ey, guck doch mal, ob man hier rein, ob Sachen reinlegen kann. Mit Plastik. Ja. 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 Kommt das mit der Bankverkehr jetzt erst mal klicken, ne? Warum? Ja, weil der Jem ist rein grad in der Bankverkehr. Ja, dann müsst ihr da schnell weg, fertig. Ja, ja, das riecht super schon. Wie gesagt, können wir nochmal ein halbes Stück warten, vielleicht, dass man den Zünd macht. Dann nochmal hin. Ja. Wenn der Stau jetzt voll wäre, das wäre viel lustiger. Hört mal eben, 20, 30 Leute, ey. Kannst gar nicht mehr so viel, wie man sporen würde. Ich hab Hunger, sehe ich gerade. Ich auch. Boah, ich hab noch Speck, das war gut. Wenn der Polrein klopft. Ich hab noch eine Spitzhacke, sonst gar nichts. Oh, das ist ja auch schon cool. Aber ich kann mir auch meinen Polrein einpacken, weil ich es kann. Haben sie denn jetzt Lack gekriegt wegen dem Banküberfall, oder? Keine Ahnung, der ist ja immer noch wieder drüben. Achso. Ja, klar redet jemand mit hier. Ja, klar redet jemand mit hier. Ah, ich fahr. Los. Achso. Haben sie denn Lack gekriegt wegen dem Banküberfall, wo das nicht geknackt hat, oder? Nö. Das kommt noch alles. Waren auch viele Rekruten halt noch dabei. Aber man muss es dir schon sagen, die haben dich dafür geschlagen. Warum nicht? Ah, der eine Rekruten war nicht so schlau, als hinter sein. Auto da zu stehen. Noch mal eine Hälfte, hier kommt das. Hälfte, hier kommt eine Heli an mit Flo. Dann ist das hier okay. Hier kommt eine Heli an mit Flo, dann ist das hier okay. und alle rät. dann ist das hier okay. Und das hier mal wieder. Also, jetzt nicht die Lacken. Bescheid. Und das hier. Dann können Sie noch mal wieder auf die Ouzea. Dann können Sie uns noch mal wieder auf1taus. Wenn Sie da nähren, dann können Sie da sein.